So, ganz kurzer Überblick was wir alles gekauft haben, haben jetzt nicht so viele Raketen, wir haben einmal Highspeed Bombs, sind 8 Raketen, einmal Goldraketen, 6 Raketen. Dann haben wir dreimal tubische Kanonenschläge, 5 Euro so ein Stück. Dann haben wir Chinabella A, die habe ich noch von letztes Jahr, die habe ich auch von letztes Jahr. Dann haben wir Pyro Cracker neu gekauft und Chinabella D. Dann haben wir einmal die Poison, zweimal Discovery, zweimal Elysium, haben wir die böse Sektarien, oder keine Ahnung, wie man es sind. Einmal Alligator, zweimal Uranus, zweimal und die Lord of Wist, einmal. Dann haben wir einmal XP, 3 Böller, 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann haben wir einmal The King Böller, 5 Euro, 5 Böller. Verrückt. Dann haben wir einmal Flashbang, 1, 2, 3, 4 Mal. Dann haben wir Sky Shots, haben wir 1, 2, 3 Mal und Fantastic 4. Als Vergleich, also ich mache ein Vergleichsvideo, haben wir einmal von Aldi. Dann haben wir noch 2 Mal Funky 8, da habe ich schon einen weggeballert, wie man sehen kann. Double Flash und noch ein paar Mini-Raketen und mehr war es eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur kurz das euch zeigen. Double Flash und noch ein paar Läger, aber da habe ich schon einen weggeballert, aber da habe ich schon einen weggeballert.